Nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale wartet auf den BVB bereits das nächste Highlight. Am Samstagabend ist Derby-Zeit im Revier. Gegen den Erzrivalen Schalke darf Trainer Thomas Tuchel auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler hoffen. Am Donnerstag trainierten André Schürrle und Europameister Raphael Guerreiro wieder mit der Mannschaft. Auch Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang könnte im Derby wieder einsatzbereit sein. Nach drei sieglosen Spielen in der Liga wollen die Dortmunder im Derby unbedingt einen Sieg holen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.